Norddeutscher Rundfunk 2021 Moin, Davis Cup! Willkommen Hamburg-Diggi! Wir sind auf jeden Fall mit dabei. Und das ist unser Team. Oskar! Du wirst das rocken! Oskar Rote! Zwei-Facher Grand-Slam-Sieger und im Davis Cup noch ungeschlagen. Natürlich kommst du rein, Kevin Clarke. Jan Knast kommt dran hier, der Junge aus dem Leben ist da. Er ist einer der wildbesten Doppelspieler. Tim Pütz. Aufschlag. Vorhand. Boom! Jan Lennart Struff, wir sehen uns in Hamburg. Schwer verletzt, aber zurückgekämpft. Der Hamburger Jung kommt nach Hause. Alexander Zverev, du bist dabei. Das ist unser Team für Hamburg. Auf geht's, Männer! Wir bleiben einfach sitzen. Das ist eine richtig gute Idee. Kommt vorbei! Auf geht's! Haut euch rein! Hamburg ist dabei! Let's go! . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020